Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es ist ganz schön kalt gewesen die letzten Tage. Wir haben, falls Sie sich erinnern, am 15.10. mal auf die durchschnittliche Temperatur bis dahin geschaut. Für Kassel lag die damals bei 11 Grad. Im Klima mittel wären gerade mal 9,3 Grad normal. Und Sie sehen, bis jetzt hat sich das alles schon wieder ausgeglichen. 8,7 Grad bis heute Mitteltemperatur. Es wird aber wieder ein bisschen wärmer in den nächsten Tagen, wo es ja jetzt bisher doch deutlich zu kalt war. Temperaturen gehen rauf am Wochenende auf Höchstwerte um so 13, 14 Grad. Ein bisschen Unsicherheit ist noch drin. Und nächste Woche wird es dann ziemlich sicher auch wieder kühler bei uns. In den nächsten Stunden haben wir es vor allen Dingen im Norden häufiger mit dichten Wolken zu tun, zum Teil auch mit Regen. Da kommen nämlich aus Nordwesten immer wieder Fronten, so vor einer guten Viertelstunde in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Teil sogar Graupelgewitter. Das Ganze zieht relativ schnell weiter nach Süden. Und die nächsten Tage haben wir es mit Hochdruckwetter zu tun, aber das heißt im Herbst oder Winter eben oft auch Nebel. Und Hochnebelfelder. So auch in der Nacht. Vor allem nach Südwesten hin kann es dichten Nebel geben. Nach Norden hin eben die Front, die hereinkommt. Leichten Regen bringt dahinter, lockert es ziemlich schnell wieder auf. Und nach Süden hin am Alpenrand auch noch einzelne Schauer. Oberhalb von 500 bis 700 Meter bringen die sogar Schnee. Und kalt wird es im Süden. Insgesamt Temperaturen minus 1 bis minus 2 Grad. Dort also vorsichtig fahren. Es kann hier und da Reifglätte geben. Im Norden morgen früh meist 1 bis 3 Grad. Am Vormittag im Nordosten richtig viel Sonnenschein. Dort sehr schönes Wetter. Sonst noch die Reste der Front, die so vom südlichen Niedersachsen runter bis zur Lausitz liegen wird. Hier und da regnet es leicht, wird also nicht allzu viel sein. Und auch noch etwas kompaktere Wolken in Richtung Bayern. Der Nebel in Baden-Württemberg rüber bis nach Rheinland-Pfalz wird sich dann mehr und mehr auflockern. Und am Nachmittag ist es sowohl im Südwesten als auch im Nordosten recht freundlich und sonnig. Von Nordwesten aber kommen neue Wolken herein, die gegen Abend in Ostfriesland erste Tropfen bringen werden. Zuvor Höchsttemperaturen meist 9 bis 11 Grad. Wo der Nebel sich lange hält, werden es um die 7 Grad sein. Und der Wind spielt keine großartige Rolle, kommt meist nur schwach. Aus westlichen Richtungen dreht sich also im Uhrzeigersinn um das Hochdruckgebiet südwestlich von uns. Die nächsten Tage wechselhaft. Mittwoch nur im Norden ein paar Tropfen. Donnerstag dann dichte Wolken dort, sonst einzelne Schauer, aber wärmer 12 bis 14 Grad.